Also Spider-Man war ja schon immer mein Lieblings-Superheld. Am coolsten fand ich immer die Stellen in den Filmen, an denen er an der Wand oder sogar an der Decke entlang gelaufen ist. Aber letztens habe ich herausgefunden, dass der Spider-Man gar nicht der Einzige ist, der das kann. Der Gecko, der kann das nämlich mindestens genauso gut. Und von Spider-Man weiß ja jeder, dass er Superkräfte hat. Aber der Gecko, der braucht nicht mal Superkräfte. Und deshalb fragt der Spider-Man sich natürlich, wie der Gecko das denn schafft. Und genau so lautet meine Frage heute auch. Ein bisschen präziser formuliert, wie bewegt sich der Gecko an einer glatten Oberfläche? Und dazu gehen wir auch auf die Frage ein, wie der Gecko sich an der Wand bewegt. So, als erstes müssen wir uns die Struktur der Füße anschauen. Denn die Füße sind immerhin das Glied, mit dem der Gecko seine Oberfläche berührt. Also wir brauchen gar kein Mikroskop, wir schauen uns die Füße einfach mal an. Und dass es auch jeder sieht, zoomen wir mal ein Stück heran. Was wir nun feststellen können, ist, dass wir auf jeder Zehe eine Art Lamellenstruktur auffinden können. Für den zweiten Schritt müssen wir aber ins Mikroskop schauen. Wenn wir uns nämlich solch eine Lamelle mal unter dem Mikroskop anschauen, stellen wir fest, dass auf jeder Lamelle winzigst kleine Härchen sind. Die sogenannten Mikrohaare. Und ein Gecko besitzt ca. eine Million Mikrohaare allein pro Zehe. Und mit Fachbegriff heißen diese Mikrohaare auch Seta. Und sie sind zehnmal so dünn wie ein Menschenhaar. Okay, lassen wir doch mal solch ein Seta auf einer Oberfläche treffen. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen nur ziemlich glatte, dass die Herausforderung groß ist. Was ist denn glatt? Glas. Glas ist doch eigentlich glatt, oder? Nein. Wenn wir uns Glas nämlich mal unter dem Mikroskop anschauen, stellen wir fest, dass es genau das Gegenteil ist von dem, was wir erwartet haben. Es sieht nämlich aus wie eine bergige Landschaft mit hohen Bergen und tiefen Tellern. Aber so weit, so gut. Lassen wir doch das Seta mal auf die Oberfläche treffen. Wenn das Seta nun die Oberfläche berührt, hat es in unserem Fall nur zwei Berührungspunkte. Und das ist natürlich sehr wenig. Wir wollen ja viele Berührungspunkte für eine größtmögliche Haftung. Also, was macht der Gecko? Ist ganz einfach. Dieses Seta spaltet sich auf in viele kleinere und noch dünnere Haare. Und von diesen Haaren berührt dann nahezu jedes die Oberfläche. Und damit hat der Gecko auch auf glatt wirkenden Oberflächen wie Glas eine sehr gute Haftung. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben eine Lamellenstruktur auf den Zehen. Auf jeder Lamelle befinden sich Mikrohaare. Eine Million pro Zehe. Und jedes einzelne Mikrohaar spaltet sich nochmal auf in Nanohaare. Und zwar genau in 1000 Nanohaare. Das sind diese ganz feinen Härchen, die wir gerade schon gesehen haben. Und mit Fachbegriff heißen sie auch spatulär. Okay, wir wissen nun, wie der Gecko sich am Boden fortbewegt. Aber wir wissen nicht, wie der Gecko es damit schafft, auch an der Wand zu laufen. Denn allein dafür reicht diese Haftung noch nicht. Und dafür müssen wir noch einen Schritt tiefer in die Materie, um das zu verstehen. Und zwar sind wir jetzt beim zweiten Punkt angelangt. Wir schauen uns jetzt die Wechselwirkung zwischen Fuß und Oberfläche an. Also die Bewegung auf atomarer Ebene. Und da fangen wir mal mit den absoluten Basics an. Ein Atom besteht immer aus einem positiv geladenen Atomkern. Um diesen Atomkern herum befinden sich die hier schwarz dargestellten Elektronen. Die Elektronen sind negativ geladen und bewegen sich immer um den Kern herum. In der Summe ist unser Atom neutral geladen. Okay, ich muss hierbei mal betonen, dass es ein stark vereinfachtes Modell ist. Das aber schon reicht, um zu verstehen, wie der Gecko denn an der Wand läuft. Jetzt tun wir mal noch ein zweites Atom hinzufügen. Und jetzt lassen wir die Elektronen des ersten Atoms sich einfach mal um den Kern bewegen. Und jetzt sagen wir mal Stopp. Und für den Moment bleiben alle Elektronen dort, wo sie sind. Was wir nun feststellen können, ist, dass wesentlich mehr Elektronen auf der rechten als auf der linken Seite sind. Und das führt eben dazu, dass aus diesem Atom ein Dipol wird. Dipol kommt daher, weil die auf Deutsch so viel wie zwei heißt. Und Pol, weil sich nun zwei Pole bilden. Auf der Seite mit den Mehrelektronen bildet sich nun ein negativer Pol, also ein Delta-negativ geladener Pol. Und auf der anderen Seite logischerweise ein Delta-positiv geladene Teilladung. So, das Ganze nennt man übrigens nicht nur einen normalen Dipol, sondern einen spontanen Dipol. Und spontan daher, da er ja aus der Bewegung der Elektronen heraus entstanden ist. Okay, wir kennen ja die einfachsten Regeln. Gleiches stoßt sich ab und Unterschiedliches zieht sich an. Wie wirkt sich das also nun auf das zweite Atom aus? Ganz einfach. Diese negative Teilladung des linken Atoms befindet sich ja neben diesem neutral geladenen rechten Atom. Und das bewegt eben, dass sich die Elektronen des rechten Atoms von dieser Seite abstoßen. Und damit bewegen sie sich auch auf die rechte Seite des Atoms. Und das führt eben dazu, wie wir es gerade schon gesehen haben bei dem linken Atom, dass sich wieder ein Dipol bildet. Also wieder eine Delta-negativ und eine Delta-positiv geladene Seite. Ich habe ja gerade schon gesagt, Gleiches stoßt sich ab und Unterschiedliches zieht sich an. Was wir nun hier direkt sehen, ist, dass eine negative und eine positive Teilladung zweier Atome direkt nebeneinander sind. Und das heißt eben nun, dass diese Atome sich gegenseitig anziehen. Und genau diese Kraft, mit der sich die Atome nun anziehen, ist die Van der Waals-Kraft. Und die Van der Waals-Kraft ist eine sehr geringe Kraft zwischen zwei Atomen. Aber wir kommen erstmal wieder zum Gekko zurück und schauen uns, was es damit zu tun hat. Hier sehen wir vereinfacht dargestellt die ersten Atome einer Oberfläche und unten drunter die ersten einer Gecko-Zähe. Nun treten diese Van der Waals-Kräfte, die wir gerade kennengelernt haben, an den Enden der Gecko-Zähe auf und damit auch an der Oberfläche. Und damit zieht sich eben die Zähe an die Oberfläche heran. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass diese Kräfte sehr gering sind. Aber wir müssen ja bedenken, dass ein Gecko ziemlich viele Nano-Haare pro Zehe hat. Und diese Kräfte, die summieren sich eben im Endeffekt so stark, dass wir sogar an einem Gecko, der an der Decke hängt, noch 25 Kilogramm dranhängen könnten, bis er denn überhaupt mal runterfallen würde. Okay, ich halte mal fest, wo wir gerade sind. Die Gecko-Zähe, die hängt jetzt an der Wand. Doch wie kriegen wir die Zähe jetzt wieder von der Wand runter? Ganz einfach, wir hängen einfach 25 Kilogramm dran und die Zähe fällt runter. Nein, so einfach ist es dann doch nicht. Und damit sind wir schon beim dritten Punkt angelangt. Wir schauen uns jetzt die Choreografie des Geckos an. Also wie bewegt der Gecko seine Geckofüße? Und dafür haben wir den Gecko einfach mal unter einer Glasplatte laufen lassen und beobachten immer die einzelnen Schritte. Im ersten Schritt setzt der Gecko seine Zähe auf die Oberfläche auf. Ich muss noch mal kurz was zu der Darstellung hier jetzt sagen. Hier sehen wir hier oben die langen Haare, das sind die Mikrohaare. Und unten die Härchen, das sind die feineren, nämlich die Nano-Haare. Im ersten Schritt tritt der Gecko nun auf die Oberfläche auf. Und wir sehen, dass die Nano-Haare quasi nur mit der Spitze auf der Oberfläche sind. Und damit können auch die Van der Waals-Kräfte nur an den Spitzen der Nano-Haare wirken. Der Gecko wendet nun im zweiten Schritt einen Trick an, damit die Van der Waals-Kräfte häufiger auftreten. Er winkelt seine Zähe nun im 30-Grad-Winkel an und sorgt somit dafür, dass die Nano-Haare sich hinlegen, also sich krümmen. Und damit können die Van der Waals-Kräfte nicht nur an den Spitzen erstehen, sondern an der ganzen Länge eines Nano-Härchens. Und damit summiert sich natürlich die Häufigkeit der Van der Waals-Kräfte auch. Und wie kriegt der Gecko seine Zähe jetzt wieder runter? Ganz einfach, das macht er im dritten Schritt. Er hebt quasi seine Zähe Stück für Stück ab. Zuerst stellt er die Nano-Härchen wieder auf. Und im zweiten Schritt kann er die Zähe viel einfacher abziehen, da die Nano-Härchen nur noch an den Spitzen wirken mit den Van der Waals-Kräften. Für alle unter euch, die es jetzt vielleicht noch nicht so gut verstanden haben, für die habe ich nochmal ein Experiment. Und zwar habe ich hier einfach ein ganz normales Holzbrett mit doppelseitigem Klebeband. Das Klebeband stellt in unserem Fall einfach nur die Van der Waals-Kräfte dar. Und hier habe ich einen ganz normalen Handbesen. Und uns interessieren jetzt die Borsten, denn die Borsten stehen für die Nano-Haare beim Gecko. Also, der Gecko trifft nun auf seine Oberfläche auf. Und ich merke, da die Borsten nur mit der Spitze am Klebeband kleben, kann ich den Besen auch relativ einfach wieder von der Oberfläche abziehen. Der Gecko legt aber jetzt im zweiten Schritt seine Zähe ganz glatt auf die Oberfläche und zieht sie nach hinten, so wie ich das gerade mache. Und damit liegen die Borsten natürlich mit viel mehr Fläche als nur mit der Spitze auf dem Brett. Und das merke ich jetzt schon. Mir fällt es nämlich schon viel schwerer, den Besen jetzt wieder von der Oberfläche abzuziehen. Und wie kriege ich den jetzt einfach ab? Na, ganz einfach. Stück für Stück wieder, wie der Gecko. Zuerst stelle ich die Nano-Härchen auf und dann kann ich den Besen wieder ganz leicht abziehen. Ich habe hier auch nochmal einen kleinen Film vorbereitet, wie der Gecko das schafft. Und bei dem sieht es nochmal ein bisschen anders aus in der Bewegung, wie das nun alles zusammenwirkt. Also er rollt quasi seine Zähe so von den Spitzen herab zur Mitte. Hier sieht man es nochmal in der Nahaufnahme. Ja, ich merke schon, die Begeisterung ist sehr groß. Okay, aber mit der Technik, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, bewegt der Gecko nicht nur sich selbst, sondern auch die Technik selbst. Und da ist das Forschern der Universität Kiel gelungen, ein sogenanntes Gecko-Klebeband herzustellen, das nur mit den Nano-Härchen wirkt, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Hier sehen wir mal auf der linken Seite die Nano-Härchen im Original und auf der rechten Seite die auf dem Gecko-Klebeband. Ich werde Ihnen das jetzt mal zeigen, dass das Klebeband wirklich klebt und dafür bräuchte ich noch einmal kurz unseren Moderator, der uns allen bestätigt, dass das Klebeband wirklich ohne Klebstoff klebt. Hier? Ja. Ja, das klebt nicht. Wir sehen es. Genau. Salah. Ist nur gleich kaputt, wenn ich es feine. Pass. Okay. Und hier haben wir unseren Gecko und an dem Gecko habe ich einfach mal das Klebeband befestigt. Und jetzt hänge ich den Gecko einfach mal hier an die Kiste und wir sehen, er hängt ganz ohne Klebstoff. Und ich mache es auch noch mal mit dem Klebestreifen hier, denn dann sehen wir, dass da wirklich nichts kleben sollte. Also im Original funktioniert es und das ist doch wirklich das Gecko-Klebeband. Es funktioniert wirklich, Sie können mir das glauben. Auf jeden Fall wollte ich dazu noch sagen, dass bisher das Klebeband noch sehr teuer ist. Also so ein Stück kostet um die 50 Euro. Aber in der Zukunft könnte man diese Bänder zum Beispiel einsetzen, indem man Fensterputzroboter entwickelt, die einfach an der Scheibe entlang hochlaufen und die Scheibe putzen. Wobei dabei noch das Problem des Ablösens besteht, da es der Technik noch nicht so leicht fällt. Aber ich bin der Technik natürlich schon um Jahre voraus und ich habe auch schon mit dem Wissen, das ich Ihnen gerade beigebracht habe, habe ich es geschafft, die Technik für mich selber zu nutzen. Und ich bin damit sogar schon in der Schulaus hochgeklettert. Also man sieht wirklich, es funktioniert alles sehr gut und ich habe mich da wirklich wie Spider-Man gefühlt. Und ich kann sogar noch mit der linken Hand winken, so stark wirken die Van der Waals-Köfte. Und das ist wirklich erstaunlich. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass es natürlich kein Traum war. Das war natürlich alles echt und ich bin da wirklich hochgeklettert. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.